Liebe Rubbelfreunde, der König sendet euch ganz liebe Grüße aus Sandvort hier in Holland. Es ist auf jeden Fall sehr schön, die Sonne geht gerade unter und ich habe gedacht, ja, schöne Grüße sendet man am besten hier mit so einem kleinen Los. Das habe ich mal gekauft und das werden wir jetzt hier mal schön zusammen aufrubbeln. Wir rubbeln jetzt zuerst hier zwei Zahlen frei. Ja, es sind Zahlen. Einmal die 38, einmal die 36. Und wenn wir die jetzt hier irgendwo finden, haben wir den darunter stehenden Betrag gewonnen. Da schon mal nichts. Hier auch nicht. In der ersten Reihe leider nichts. Wir probieren unser Glück in der zweiten Reihe. Hier 44, 47, 46, hier die 26. Letzte Chance, 16. Haben wir irgendwas übersehen? Nein, leider nicht. Somit leider kein Gewinn hier an diesem schönen Abend. Trotzdem, Rubbelfreunde, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen und hören uns.